so youtube wie man sieht schönes wetter also guten morgen und ja das ist der formbare untersatz für heute ich kann es erklären okay ich habe dafür eine logische erklärung parat also wir fahren heute roller ganz kurz ich muss euch ein feature vom roller zeigen jetzt hat er aufgehört oder nein jetzt ich glaube das ist nicht normal oder so aber federn sind gut auf dem ding da ich wurde schon gewarnt ist gut möglich dass die öllampe angeht einfach ignorieren kennt man beim auto öllampe geht an einfach ignorieren jungs so schön kann es ja nicht sein es fühlt sich so fucking weird an weil die reifen so winzig sind die frage sollte jetzt eigentlich sein warum sitzen wir auf so einem ding rum ich habe ja mein baby in die werkstatt gegeben wegen inspektion und damit mir die bremsen vorne gemacht werden und das habe ich am montag gemacht am montag braucht der termin hat auch gesagt jo wir machen das heute alles und wir melden uns dann bei dir sollte auch irgendwas sein rufen wir dich an gut heute ist mittwoch die inspektion soll 34 stunden dauern nicht 34 tage und ich persönlich glaube sie haben vergessen meine bremsen zu bestellen das hat den grund als ich da angekommen bin hat er so eine kiste rausgeholt wollte mein auftrag drin lag und zwei neue zündkerzen die halt auch eingebaut werden durch die inspektion aber da lagen keine bremsen und als wir dann geredet haben was gemacht wird hat gesagt ja die 12000 inspektion machen wir jetzt habe ich gesagt ja und die bremsen vorne machen wir ja auch noch darauf kam nie eine antwort und ja so lange muss ich jetzt mit dem biest hier rumfahren ist so fucking nur jetzt vor allem als ich mich drauf gesetzt habe wollte ich mein bein hinten rüber schwingen weil wenn du seit fast einem jahr motorrad nur fährst dann ist halt gewohnt beim einsteigen oder beim draufsteigen das bein nach hinten zu schwingen damit du rüber kommst und hier ist ja in der mitte einfach zum durchgehen bruder luxus sonst ne sitzposition ist halt auch komplett anders und übrigens sieht man auch schon wie lang der stand pollensaison war glaube ich vor zwei monaten oder der hat immer noch pollen drauf weil die nie weggemacht wurden wenn jetzt die frage aufkommt was machen wir eigentlich youtube ich fahre in die arbeit und da ich mir dachte das wird so lang dauern mit einem roller bis ich da ankomme weil ich auch nicht den ring und sowas benutzen darf nehme ich doch einfach mal auf und das schöne daran dass ich jetzt aufnehmen ist ich kann es am freitag hochladen und dadurch habe ich es geschafft obwohl diese drecks regensaison war immer nach plan hochzuladen bruder ich bin richtig stolz auf mich da was auch schön ist eine tank anzeige zu haben ich könnte ja auch die zeit jetzt sinnvoll nutzen die wir hier umsetzen und die frage in den raum werfen hat jemand rein zufällig nen g 500 baujahr 2019 2020 den er ungefähr für 90.000 euro verkaufen würde wenn ja könnt ihr euch ruhig bei mir melden der blinker fühlt sich auch so komisch an hier alles fühlt sich einfach komisch an mich schalten zu müssen ist halt schon geil irgendwo aber der rest vom roller ist halt nicht geil ein roller für die stadt ist okay wenn man jetzt kein motorrad schein hat verstehe ich warum man sich so ein ding holt es ist praktisch du kommst schnell überall durch das überall parkplatz und für die stadt 45 kmh reichen aus ich hoffe einfach dass mein motorrad bald fertig ist man mehr kann ich dazu auch nicht sagen komm audi gibt gas damit ich links rüber kann bisschen vorausschauend fahren okay vor allem der hat diesen scheiß klickton wenn man klinkt bergauf hat er nicht volle leistung ach du scheiße und das ist ja nicht mal bergauf dass du das bisschen hügel nach oben pro fuck mal live ich muss hier runter ich weiß nicht wie man hier drauf sitzt ne no joke ich sitze ganz hinten ich sitze komplett falsch ich muss so sitzen oder bruder ich saß ich die ganze zeit wie mongo aber was ich jetzt echt sagen muss ich fühle mich auf dem motorrad sicherer wie man da sitzt und auch wie es sich anfühlt das ich wollte ich wollte gerade runterschalten ganz dezent muss ich los und zurück zum thema zu kommen ich fühle mich auf meinem motorrad schon gutes stück sicherer aus mehreren gründen wie man da selbst weil man halt beim motorrad fahren für sich verbunden mit dem motorrad weil du dich halt rein lehnst hier sitze ich wie auf einem stuhl da und außerdem ich hoffe nur dass es heute abend nicht regnet wenn ich zurückfahre weil das wird keine lustige fahrt ansonsten wenn es mit dem motorrad regnet scheißegal bruder bis fast mit 100 schnell die landstraßen entlang und dann bis zu hause in zehn minuten aber mit dem roller also die regel mit 125ern ist auf jeden fall angebracht würde ich sagen du sollst aufpassen jetzt kommt gleich der lkw ja ihr seid super genauso rentner ist scheißegal digga dass die anderen auf euch warten müssen ich glaube dann beenden auch das video youtube ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasten daumen nach oben da ansonsten bleibt mir gesund und wir sehen uns gala